hallo mein lieben ja da mich ja heute sag ich das hat euch das not my obloxian ich sag zum ersten mal ich habe das originein halbogen schon mal eben gesehen ähm ich weiß ja nicht der ich tu mal auf nicht so bleiben aber es ist wie so hell wie sein kleines stuett face ja so ich weiß ja nicht naja okay der ist sogar drin da war denn 3x3 sehr gern super so alles wie es schreck jetzt mal ein blueschert stimmt sogar sehr gern ja sehr gern super warte dann 2 3 9 3 2 3 9 3 7 0 6 7 0 6 ja ähm passt dann alles also heute auf der teigliche liste id check, a permit check, entry check, service check 布 blw führt blw Qq-kraft R.M.G.Q.K armor R.M.G.Q.K azi blw 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 Если blw 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 Smiling Langer Chill Cat Und Strong Chill So Es heißt Nur musst du nicht schreien Ich Ich bin Ich bin nicht so gut in das Spiel In das Spiel Kräft Dicker Kiefer Ist ja nicht Komm Hier ist es so Abends unten Und hier ist auch Dicker Hier ist nur Bösschen Komm Ich hoffe Ah Die Krüger War auch gar nicht mehr Auf der Hälste drauf Hm Also Hab ich es eh Super gemacht Hä Ok Die Bad Bad Weak Also Sunglasses Red Face Grey Sweater Ja Ähm Ist sogar Auf der Tägliche Liste drauf Head Break Und dann Natürlich mal seine ID Ähm 2 0 2 5 2 0 2 5 2 0 2 5 2 0 2 1 2 Okay Dann Check 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 Okay Okay Hallo Ja Kann man sein Ami-Shirt Nichts Sehen Egal Er wohnt in 1 102 2 Orises Squared Head Black Head With Black Shirt Red Face Okay Charred Oh Orangen Man Oh 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 Gut Was Ja Okay Bis auf der täglichen Liste Ich Check mal Okay Dann ist ja Also okay Jupp Hoffentlich Hoffe ich also ich denke jetzt nicht dass es falsch war Kam Bist auf der Noob Präsident Verdolk Nup Noob Noob Ist der Präsident Problem sechs repente bist du aber gar nicht aufwärtig dich Ist der drauf 那 Ja okay und jetzt verschwände Pakistan okay dann der noobie schon schon der beiden chainbag bohrsnerbe smiling black shakett blu shirt Jo, ähm, vorn aber 0204 0204 Ähm, 0204 0204 Okay, Jumping ist nicht Okay Hä? Hä? Hä, wie cool Dann kann man die ja selber unlocken Ähm, okay, also, ja Ähm, dann nochmal die ID-Paths mal checken Du bist in welchem Schock? Okay 5189 5189 718 718 524 524 Okay Check, 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 check Ah, ähm, das war So, ähm Ah Problem ist, ähm, ich hab, das ist ja auch nicht mal. Genau. Ja. Ja, es gibt ja, naja, jo, easy. Wie lang geht es jetzt eigentlich noch? Dennis, oder? Ist es Dennis? Ja, das ist Dennis. I love cats. 103. Und Albert Flamingo. M-A. H-M-Til, Blue Shirt, Taufe, Autos, Katz. Okay, dann rufen wir mal bei den Namen. 0, 1, 0, 3. Äh, 0, 1, 0, 3. Äh, 0, 1, 0, 3. Ah, okay, ist sogar nicht raus. Ja, die, keine Ahnung jetzt. Da hab ich echt keinen... ...Bug zu checken. Ich kann nochmal checken. Jupp, ist gleich ID. Du kannst reingehen, ist das da weg. ...Jupp. Puh, puh, pst. Puh, pst. Hem. Was? Äh Ähm Herr Lücke. Ist das jetzt... Der echte? Das sah genau so aus. Nein. Nein. Du... Wie... Hä? Warte. Hä? Bang, ist mein Blutscher? Get Blut. Das ist der Original. Original. Okay. 5 1 8 9 7 9 7 8 9 7 8 Hä, das ist der Originale Hä? Oh, dann kann ich leider nicht ranlassen Oh, das ist ja noch Der ist auf der Degeslist Ob es wie gesagt, wie Sandglasses Redshirt, Smiling Green and Lance Ähm, Cache Ja, komm, jetzt sag ich mal hier, rieche ich alles Ich hab kein Bruch mehr Zu mir, zu mir, zu mir, zu mir Es war ja noch ihn hier Achso Ähm Ja Du darfst hier auf jeden Fall nicht ran Weil Das kann man offensichtlich so erzählen Bo, is that Roblox? Can I get three Roblox? Okay, na, Spaß Ich hab ein paar mal zwei Roblox ID Nummer 1 Ja, richtig Ah, fake, fake 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 Er tut immer einen Hut tragen Wie lang dauert's eigentlich noch? Ja, ja, das Eiche Okay Elias Squatch Hive Guard Ja, ist richtig Kannst du mal durchgehen Is the papers, please Oh, man Also Warte, warte, warte Aufhalt den Job Und ich muss noch genau auf den Okay Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen Äh Also Also von Dann mal da Abonniert den Kanal Und Ähm Schaut Meinen Ähm Trailer an Weil der wird echt krass Also Der ist halt nicht so krass Aber Das Update wird Extrem krass Ich muss noch probieren Das machen wir sonst Ja Dann Dann Sind wir uns im nächsten Video Ciao 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 Bis zum nächsten Mal.